Herzlich willkommen zum Video zum Thema Umgebungsgestaltung. Mein Name ist Helga Fabianitz, ich bin Ergotherapeutin und unter anderem externe Lehrende an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Eine angepasste Umgebung ist umso wichtiger, je weiter eine Demenzerkrankung bereits fortgeschritten ist. Durch die Anpassung der Umgebung soll die Handlungsfähigkeit gefördert und erhalten werden, was zu einer größtmöglichen Selbstständigkeit und Autonomie beiträgt. Eine angepasste Umgebung fördert die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, hilft motorische Einschränkungen zu kompensieren, unterstützt die situative Orientierung und trägt dazu bei, eine förderliche Umgebung zu schaffen. Wenn wir auf diesen Tisch schauen, dann steht hier sehr viel, was zur aktuellen Situation, nämlich zum Mittagessen, gar nicht dazugehört. Dieser Tisch ist sehr unübersichtlich. Eine Person mit einer Demenzerkrankung findet sich da vielleicht nicht so gut zurecht. Wenn jetzt zum Beispiel auch eine Agnosie vorhanden ist, dann kann es sein, dass die Person die vielen Gegenstände nicht mehr unterscheiden und richtig verwenden kann. Und das führt zu Fehlern. Das heißt, man sollte alles von diesem Tisch wegräumen, was nicht zur unmittelbaren Situation dazugehört. Und dadurch entsteht eine eindeutige und klare Situation. Und so eine Vereinfachung kann zum Beispiel auch so weit notwendig sein, dass man nur den Löffel zum Suppenteller dazulegt und die Gabel erst dann mit der Hauptspeise auf den Tisch bringt. Dieses Prinzip der Vereinfachung kann man auch auf andere Bereiche beim Thema Essen gut anwenden, zum Beispiel bei der Gestaltung der Küche. Dazu sagt meine Kollegin in einem anderen Video dann noch mehr. Wichtig ist auch eine gute Beleuchtung. Diese sollte hell, aber blendfrei sein und die Oberflächen sollten, wenn möglich, nicht spiegeln. Spiegelnde Oberflächen können zu Verkennungen führen oder irritierend wirken. Das gilt auch, wenn man sehr stark gemusterte Tischdecken oder ein Geschirr mit einem sehr bunten Dekor verwendet. Wenn wir jetzt hier auf den Tisch schauen, dann hebt sich der Teller eigentlich nur sehr wenig vom Tisch ab. Auch das ist ungünstig. Gute Kontraste fördern die Wahrnehmbarkeit. Solche guten Kontraste kann man erreichen, indem man zum Beispiel so ein rotes Geschirr verwendet. Wir setzen das in der Praxis sehr häufig ein und das bewährt sich wirklich. Es ist aus einem Melaminmaterial und der Teller hat unten auch einen rutschfesten Rand. Somit ist für die Person ganz eindeutig, wo der Teller aufhört und der Tisch beginnt. Es gibt auch solche roten Tassen, die sich auch sehr bewähren in der Praxis, die einen sehr ergonomisch geformten Henkel haben. Diese Tassen eignen sich auch sehr gut dazu, die Suppe zum Beispiel zu trinken. Menschen mit Demenz fällt es schwer, sich zu konzentrieren oder ihre Aufmerksamkeit länger auf eine Sache zu richten. Darum ist es wichtig, dass nicht zu viele Reize aus der Umgebung kommen. Das heißt, ein ständiges Kommen und Gehen, Lärm, ständige Musikberieselung oder ein laufender Fernseher während dem Essen ist eher ungünstig. Wenn die Demenz schon sehr fortgeschritten ist, dann können auch Gespräche während dem Essen schon zu ablenkend sein. Im Zuge einer Demenzerkrankung können auch die motorischen Fähigkeiten immer mehr eingeschränkt sein. Das heißt, dass die Bewegungsabläufe, die zum Essen dazugehören, schwieriger werden. Ganz besonders schwierig ist diese kleine Drehbewegung, die man braucht, um mit dem Löffel wirklich gut zum Mund zu kommen. Und da bewähren sich zum Beispiel spezielle Bestecke, die noch dazu einen verdickten Griff haben und bei denen man vorne den Löffel oder die Gabel individuell anpassen kann. Wenn jetzt jemand sehr lang braucht zum Essen, dann kann man zum Beispiel auch solche Warmhalteteller verwenden, wo man heißes Wasser reingibt, damit das Essen länger warm gehalten wird. Der Teller sollte am Tisch nicht rutschen. Um das zu vermeiden, dann könnte man auch so ein Tischset verwenden. Ganz wichtig ist auch die soziale Umgebung beim Essen. Das heißt, wer sitzt mit mir beim Tisch? Wenn ich eine Tischnachbarin habe, die mich ständig auf meine Fehler aufmerksam macht oder mich kritisiert, dann ist das nicht sehr förderlich für meine Selbstständigkeit beim Essen. Das heißt, man sollte darauf achten, wer mit wem am Tisch beisammensitzt. Von Vorteil ist es, wenn das Menschen sind, die einander vielleicht gut kennen, die schon vertraut sind und dass man zum Beispiel Stammplätze implementiert. Ist eine Demenzerkrankung schon sehr weit fortgeschritten, dann kann es sein, dass die Person gar nicht mehr in Gesellschaft essen kann, sondern alleine beim Mittagessen zum Beispiel sitzt. www.mutterforsitzende3.com 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 $1.5 $1.5